Ein Kaiserschnitt ist eine Geburt durch die Bauchdecke, wenn das Kind den natürlichen Kanal, das Becken und den Beckenausgang, die Scheide nicht passieren kann. Es gibt verschiedenste Gründe dafür, zum Beispiel wenn kindliche Komplikationen eintreten oder mütterliche Komplikationen. Kindliche Komplikationen können sein, dass die Herzfrequenz des Kindes anzeigt, dass das Kind einen Sauerstoffmangel entwickelt. Mütterliche Komplikationen können sein, dass das Becken eine besondere Form hat, dass der Muttermund, der Gebärmutterausgang sich nicht öffnet oder dass Mutter und Kind einfach nicht so gut zusammenarbeiten und das Kind eine besondere Lage einnimmt, die dann vielleicht nicht geburtsmöglich ist.